Willkommen zu Let's Play Fast Racing Neo, ein futuristischer Racer aus dem Hause Schinnen Multimedia. Habe ich mich leider abziehen lassen, das ist die finale Runde, ich hoffe ich werde noch erster. Nein! Doch, 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 ich habe ihn noch überholt. Wow, das war aber ultra knapp, Foto-Finish, Alter. Übel. Hier sieht man es. Ey, ohne Spaß. 10 Millisekunden, also 10, ihr wisst schon, 10 Millisekunden, ein Zehntel, irgendwas, auf jeden Fall mega wenig. Jetzt, genau, da, auf das Dach. Wie mache ich denn das? Holy shit, war das dumm. Ja, ich wollte da unbedingt hoch. Was soll das denn? Ja, ich... Ich habe nur meinen Turbo gezündet und bin bestraft worden. Dass es in den späteren Lügen... ...neue Strecken gibt. Und nicht, dass einfach... Was? Nein! Und nicht, dass einfach nur die CPUs etwas stärker sind, weil das... das wäre... das wäre übel. Wenn man zu lange von der Straße abkommt... ...ne, ich komme mit der Strecke nicht klar. Ich bin gerade letzter. Das gibt's doch nicht! Und das alles, obwohl ich mich sogar in die Kurven reinlege. Sollte halt jetzt nochmal gelingen, am besten. Oh, na, oh, na, nein, 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 die idiotische Dumme! Voll vergeben. Aber ist jetzt gar nicht so schlecht, ne? Turbo! Nein! Das ist noch drin, das ist noch drin. Scheiße, ich bin ein Idiot. Ich bin ein Vollidiot. Ich habe doch auch Turbo. Aber irgendwie habe ich ein Gefühl, dass ich einen großen Fehler machen werde. Und diesmal vierter oder so wert. Und wir haben jetzt gerade so einen richtigen Speed drauf. Jetzt muss ich sogar schon mit ZRZL arbeiten, um um die Kurven zu kommen. Aber ich weiß nicht, mir kommt... Ich wusste, dass das passiert. Mann, bin ich ein Noob. Ich wusste, dass es passiert. Wir werden so locker erster geworden. Und dann das. Der wird sich jetzt ins Fäustchen lachen. Oh man, ich bin so dumm. Den hole ich niemals ein. Schon irgendwie doof. Jetzt haben wir wenigstens mal was anderes. Und der erste ist schon im Ziel. Alles klar. Hier wird jetzt hier nämlich schon das Zeitnummer angezeigt. Oh mein Gott, ich bin ein Trottel. Ein Idiot, ein Dummer. Jetzt werde ich nicht mal mehr Zweiter. Jetzt werde ich nicht mal mehr Zweiter. Oder? Boah, das muss sein. Komm. Das gibt es doch nicht. Soll ich jetzt schon wieder so leichtfertig alles hergebe? Kugeln, 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 Kugeln. Ah, ja. Was? Wieso? Hä? Kann man das hier jemand erklären? Kann man das hier jemand erklären? ... Vielen Dank.